Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 6, prominent getrennt. Was ist letzte Folge passiert? Es gab dieses Spiel, wo die Kohles helfen mussten, wo die da rennen mussten und dann springen, diesen Sack sich krapschen. Und heute ist das andere Team dran. Werden sie es schaffen oder werden sie es nicht schaffen? Wie viel Geld wird überhaupt noch im Pott sein? Das ist heute hier Phase. Oh, ich bin sehr gespannt. Du? Außerdem, was ist sonst noch letzte Folge passiert? Ich weiß es gar nicht, aber falls ihr diese Folge nochmal nachsehen wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun, weil die war ziemlich geil, die Folge. Die hat mir sehr gut gefallen und auch diese Folge wird sehr wild, deswegen schnallt euch an und nicht wieder ab. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr gern auf RTL Plus und hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss. Erstmal ankommen. Langsam, langsam. Ach ja. Geht's dir? Silber? Geht was? Ich würde sagen, was ist, wenn man verletzt ist als Spieler? Kannst du nicht spielen. Wenn man verletzt ist als Spieler, dann dreht sich das ganze Leben wirklich nur noch darum. Also es ist nicht irgendwie, man hat eine Verletzung, aber trotzdem geht das Leben weiter. Nein. Das ist falsch. Das sag ich dir gleich. Du weißt selber, wie das ist mit so offenen Geschichten. Du kennst das doch. Ja, klar. Das ist scheiße und du kannst nichts machen. Und das dauert halt auch. Insofern... Sag ich mal. Ich hab das meiner Frau alles erklärt. Ich mein, du kannst damit nichts mehr machen, richtig? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Halt einfach deinen Maul. Also Jakob saß letzte Folge noch da und hat erzählt, dass der als Fußballspieler noch ein Spiel zu Ende gespielt hat, wo der drei Bänderrisse hatte. Und meinte, dass der hier ein bisschen simuliert. Jetzt zeigt er völliges Verständnis. Genau. Das hätte ich nie gedacht. Niemals. Ich schwöre, das hätte ich niemals gedacht. Ging das jetzt bei dem Ruderspiel? Auch nicht. Auch scheiße. Auch total einschränkt. Und danach noch schlimmer. Dass der überhaupt den noch fragt, ne? Ich meine, der heult doch den ganzen Tag schon rum. Kriegen die das nicht mit? Nehmen wir mal an, heute, wir bleiben drin. Morgen ist doch genau das Gleiche. Ja. Ich werde nicht mehr gewinnen können hier. Der hat doch, irgendwann hat er gesagt, das ist eine Sache von zwei, drei Tagen, dann ist das vorbei. Ist doch jetzt schon eine Woche später und der heult immer noch. Everything is possible. Meine Fresse, Junge. Natürlich kann man Schmerzen haben und so, ne? Das will ich doch gar nicht bestreiten. Aber es nervt einfach nur. Kann er nicht mal ein bisschen im Stillen leiden? Es ist, ich kriege es von allen Seiten. Das bringt nichts, Leute. Ich bin raus. Ich bin raus, Mann. Es ist so. Man muss doch realistisch sein. Was heißt das? Er kriegt es von allen Seiten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du weißt, wie das ist? Mit solchen scheiß Verletzungen. Meine Fresse. Es ist einfach jetzt so, wie es ist. Es kotzt mich selber an. Es ärgert mich total. Gerade weil du weißt, du hättest gewinnen können. Du hättest den Meister machen können. Und jetzt? Hättest den Pokal holen können und durch Verletzungen, äh, 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 weißt du kannst nicht spielen. Du kannst Ballack im Finale damals. Ey, der redet wie Stromberg in diesem Moment, ne? Äh, äh, äh. Ich finde Stromberg ja witzig, ne? Aber als echte Person weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Außerdem, jetzt kommt er wieder. Er könnte Meister sein und so. Meinst du, man kann mit so einer Runde, kannst du es verstehen, dass man sich so runterziehen lässt? Oder hättest du Kampfgeist? Ah, das Ding ist halt, äh, äh. Ja. Ich glaube, wenn ein Verband und so arbeitet, dann geht das schon. Geht das schon, ne? Ja, ich denke auch. Ich glaube, das geht, oder? Ja. Ja, geht. Sag ihm das doch mal. Wegen so ein paar Schürfungen, wegen von Handicap zu sprechen. Also ich habe schon mal drei gerissene Bänder angespielt, noch ein Spiel. Genau, das haben die letzte Folge auch schon eingespielt. Genau das. Und bin ich doch voll dabei. Sehe ich doch auch so. Ich habe auch schon ein Spiel mit vier gerissenen Bändern gespielt. Bist du im falschen Film? Also es ist ja wie aufgeben, wenn du hier Neubock-Einstellungen hast und lieber heute als morgen schon nominiert wärst und den Leuten sagst, mit mir bringt es nichts mehr, ich kann nichts mehr leisten, ich habe alles gegeben. Natürlich, der hat sowas von aufgegeben. Sowas von. Aber wenn du dann sagst, oh nee, ich will lieber nach Hause, dann bringt es ja in dem Moment nur schlechte Stimmung als nichts anderes. Ja, okay. Weil ich sowieso aber schon am Boden bin. Das labert der am Boden. So, ja, stimmungsmäßig so. Und das musst du dann vielleicht auch anerkennen und sagen, ey Schatz, ne, aufbauen dann. Weil ich brauche, das muss auch mal aufgebaut werden. Das ärgert mich natürlich dann, wenn ich jetzt hier dann so einen Partner habe, der mich da eher bremsen will und runterzieht von seiner Stimmung. Total, der kann ja wirklich im Stillen leiden, oder? Man muss doch nicht die ganze Zeit bei jedem Gespräch sagen, wie verwundet man ist. Ja, alles gut. Ich bin jetzt positiv. Wir geben nicht auf, ne? Bloß nicht. Nein, aufgeben ist nix. Ist nix. Habe ich zwar schon längst, aber gut. So, jetzt ist Schluss. Jetzt wird nach vorne geguckt. Sehr gut. Man darf halt immer noch nicht vergessen. Ich bin verletzt. Ich habe Schmerzen, weißt du? Oh. Keine Hoffnung habe ich bei dem. Sobald der alte Mann die Villa verlässt, ne? Der hat doch nur ein Thema. Aber sobald der alte Mann die Villa verlässt, ne? Geil, ne, Toriano? Dem geht es wirklich nur um den alten Mann. Ey, apropos, worum es mir hier geht. Abonnieren, da freue ich mich. Lasst ein Abo da und die Welt wird wunderbar. Das war der Knaller. Sag ich euch ganz ehrlich, das ist hier ein bisschen langweilig, glaube ich. Warum? Na, der alte Mann hat auch keine Kraft mehr, so. Ich merke, dass die Poros, da kommt nicht mehr so viel von dem. Hä, wie? Warte, 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 warte. Also, er hat total recht. Wenn der alte Mann weg ist, dann ist es total langweilig. Der ist ja absolut Entertainer. Ich sehe das natürlich gern, wie der rumholt und so. Natürlich regt mich das auf, aber ohne den müssen ein paar aber noch ein bisschen streiten. So, jetzt gucken wir aber erstmal in das Spiel. Diejenigen, die jetzt noch nicht gespielt haben, außer der alte Mann, der musste nicht. Der wurde gesalved, weil es gab ja so eine Extra-Person. Und Gustav, der hat auch freiwillig gesagt, ich bin da raus. Der Rest muss jetzt auch nochmal zeigen, was sie können bei diesem Sprungspiel. Wer hat denn die längsten Beine? Hallo, Kate. Jeder muss seinen Betrag machen. Nee. Doch. Oh, den zugewiesenen Zecken. Seinen zugewiesenen Geldsatz erreichen. Ach so. Ich denke, dass Nikola, der Größte mit den längsten Beinen, hat den kleinsten Sprung. Ich finde das so geil. Ich hoffe, das ist denen auch mal eine Lehre, dass die nicht denken, sie sind da die geilsten. Zum Beispiel Gustav und Marc minus Robin. Warte mal, Gustav ist auch geil, ne? Der spielt da nicht mehr mit und denkt, da kann der irgendwie sagen, äh... Eko, denkst du, du kannst schwierige Fragen beantworten? Kannst du schwierige Fragen beantworten? Frau Hans kauft fünf Brötchen. Frau Franz gibt drei ab. Aber ich will gar nicht mit, das wäre gar nicht aufgefallen. Was ein Typ, ey. Aber gut, ich bin gespannt, ob jetzt Nikola den Sack bekommt und Marc minus Robin auch oder nicht. Wir schaffen das! Hä? Meine Eierpläne, die sind nicht so kann. Ich röschte mal. Kein Wohl verstanden. Ihr? Übersetzung gerne in die Kommentare. So, Niko ist ja der Erste mit den 500 Euro, ne? Der muss eigentlich nur einen Schritt machen. So groß ist der. Niko! Ich wollte mich einfach beweisen, dass ich das machen kann, dass ich das schaden kann. Niko! 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 Der ist schon fast, war der bei dem dritten Sack angekommen. Und das war ja noch nicht mal full power, also... Unverständlich. Ich hab's geschafft. Und ich bin stolz auf mich, wirklich. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Ich hast es denen gezeigt. Ich hoffe, die lernen wirklich daraus, dich nicht so zu unterschätzen. Natürlich, vielleicht hat er ein... Der hat wirklich ein Handicap mit Sprache zum Beispiel. Deutsch ist nicht seine Muttersprache, ja? Und dann vielleicht bei Fragen, wo es wirklich darum geht, dass man es verstehen muss und so. Okay, jetzt bin ich nicht besser als Mark minus Robin und Gustav, ne? Wünsch ich so niemandem. Naja, doch, weil denen ging es ja auch um eine Rechenaufgabe. Die wollten einfach zeigen, der ist dumm. Aber das meine ich nicht, ne? Ich meine jetzt einfach nur wegen Sprache. Aber sonst alles andere. Der ist sportlich. Der ist ehrgeizig. Der hat Mut. Ich hoffe, das kann er jetzt öfter beweisen. Oh, nee. Du schaffst das. Kate, du packst das. Warte, ich muss erst mal drauf klarkommen. Ich verstehe sie ja so. Und dann mischle ich dann immer noch die Knie bei dieser Challenge. Egal, Kate. Das war aber knapp. Sie hätte es fast geschafft. Aua. Mein Fingernagel ist abgerissen. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Aua. Ich habe nur diesen Schmerz gemerkt, dass mein Finger so umgeknickt ist. Und ich habe nur gemerkt, jetzt ist es vorbei. Ach, warum mein Fingernagel blutet? Nein. Oh, die hat ja so lange Nägel. Und wenn da einer reißt oder abknickt, das kann ja in der Mitte des Nagels oder so passieren. Das wäre so meine absolute Horrorvorstellung. Ich habe das nicht verdient. Ich habe das nicht verdient. Aber ganz ehrlich, Kate, da hätte ich mir ja auch mal überlegt, ob es vielleicht wirklich so angebracht ist, für so ein Format so lange Nägel zu haben. Du weißt doch, dass Spiele und so kommen. Südüdön, südkommee. Hast du dich verletzt? Ja. Der Finger blutet aufs Übelste. Der Nagel ist abgerissen. Damit kannst du nicht greifen. Du hast ihn gehabt. Der ist nur runtergerutscht. Guck mal, Nico nimmt es dir gar nicht übel, weil das ist ein toller Typ. Ich wollte es unbedingt schaffen. Ja, dann habe ich halt voll versagt, ne? Kein Problem, du wirst gesprungen, du hast dich getraut. Alles super. Weitermachen. Jetzt der nächste Fabio. Das schaffst du, das schaffst du. Na klar, schaffe ich das. Fabio, guck mal. Denk mal, wenn du diesen Satz nimmst, dass du beste Sex deines Lebens bekommst. Oh, der Nico weiß, wie man den Fabio motiviert. Brava, brava, brava. Beste Sex meines Lebens. Beste Sex meines Lebens. Kommt jetzt ein Film oder was? Fabio, schnapp ihn dir! Sehr gut gemacht, Baby. Oh, du hast es geschafft. Ich sag in meine Hand, ich wollte es nicht mehr loslassen. Ich pick die Zeit aus in Euro. Bitte, Fabio, beruhige dich. Das ist viel zu viel. Carina, das ist nicht weit, glaube ich, ich sehe von hier. Okay, jetzt Carina. Die hat ja also noch einen weiteren Sprung. Und Nico sagt, so weit ist es nicht, sehe es von hier. Ich sehe es ja auch, das ist 500 Meter weit. Okay. Diese Strecke zu dem Sack. Ich dachte, nee, das wäre nichts. Okay, du schaffst das, Carina. Hört euch das an. Wie soll man das schaffen als normaler Mensch? Los, 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 los. Oh Gott. Ah, der Egger. Na gut, sie hat es nicht geschafft, aber jöt. Wie groß ist die 1,50 Meter? Das ist brutal provokant. Das ärgert mich für die Gesamtsumme. Und das ärgert mich auch einfach extrem für mich selbst. Fürs Team nicht, aber die anderen zwei Punkte, ja. Okay. Jetzt kommt hier Marc-Raube mit der größten Fresser im Haus. Hat er sie? Hat Marc-Gustav sie? Wer ist Marc-Gustav eigentlich? Du schaffst das! Gut! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hat er nicht geschafft, da bin ich jetzt aber wirklich überrascht. Du lügst atemberaubend gut. Das war jetzt Sandra mit dem letzten Sprung. Hat sie auch nicht geschafft, ja. Schade. Also wir haben 16.500 Euro weniger, ja. Krass. Lohnt sich doch schon gar nicht mehr den ganzen Bums. Und? Erstmal ankommen, langsam, langsam. Okay, die haben natürlich jetzt erzählt, na, so und so viel haben wir verloren, etc. Es ist blöd gelaufen. Und jetzt kommt hier ein Gespräch. Warum zeigen die uns sowas? Das ist so cringe, Alter. Was überlegst du? Das willst du nicht wissen. Sag. Nee, das willst du nicht wissen. Sag es. Ich sitz auf dem Trockenen. Ich sitz auf dem Trockenen. Michelle. Von außen sieht es immer so einfach aus. Aber es ist es nicht. Und? Ja, nix. Ich war halt gerade so in Gedanken und dachte mir so, boah, ich brauch's halt echt. Was ist das? Boah, ich kann nicht. Man will es einfach von ihm nicht hören. Ja, nicht. Ich hab gesagt, du willst es nicht wissen. Ich sag ja auch nicht, dass ich dich jetzt. Ich sag einfach nur. Nee, sag ich auch nicht. Und vor allen Dingen ist es scheißegal. Allein die Vorstellung und das Kopfkino, das läuft. Ich sag einfach nur, ich brauch's. Interessiert mich einfach nicht mehr. Dann geh doch zu mal Lisa. Geh doch, Ultra. Ja, was will ich mit der? Ich fass sie nicht mal mehr mit der Zange an, so. Mark Robin, du kannst nicht über eine Frau sagen, mit der du mal was hattest. Die fass ich nicht mal mit der Zange an. Nee, nee, ich kann auch sagen, die fass ich nicht mal mehr mit der Zange. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Geil, Michelle. Ist doch so, Alter. Was denkt der sich? Wegen diesem Menschlichen. Allein das, das ist so ein Abtörner, Alter. Das wusste der vorher ja nicht, als er die jetzt die ganze Zeit gebumst hat. Das Menschliche, der hat wirklich nur den Körper gesehen. Die haben sich nie einen Satz unterhalten oder sonst was. Das hat er gar nicht mitbekommen, wie die menschlich ist. Bitte sei jetzt ruhig, okay? Bitte sei ruhig. Also ehrlich, wenn sie die letzte Frau aus der Welt wäre. Nee, ich sag doch nichts Schlimmes. Nee. Vertraue doch einfach mal Michelle, dass du jetzt in diesem Moment deinen Mund halten solltest. So, einfach kranker Abtörner. Wegen menschlich. Eher. Guck einfach mal in den Spiegel, vielleicht fällt dir was auf. Ich spiegel und ich sehe was Attraktives und was Gutes. Punkt. So, irgendwas hast du, weil du bist total von deinem Gesicht so... Ich bin müde. Ja, ich bin müde. Also ich bin jetzt schon, könnte schon ins Bett gehen jetzt. Ich bin müde. Hallo. Ich wollte mir noch einen Schuss setzen, aber ich bin müde. Er meint natürlich sein, er wundert. Außerdem habe ich meine Verletzungen. So, das zerrt natürlich. Also du willst morgen nach Hause, ne? Hä? Du hast gar keinen Bock mehr hier. Hä? Du willst morgen nach Hause. Hä? Wie so ein Kind. Klar will der nach Hause. Er will die ganze Zeit schon nach Hause. Dann hat er absolut keinen Bock mehr. Du bist so schlecht drauf. Ich bin müde jetzt. Und ich muss mich jetzt nicht hier... Ich bin müde. Ich bin doch müde, habe ich doch gerade gesagt. Ich bin jetzt müde. Was soll ich denn da noch erklären? Wenn du jetzt jeden Abend irgendwie so dein Gesicht verziehst und alles nicht gut genug ist... Ich möchte jetzt nicht, dass du wieder einfach gehst. Ich bin doch jetzt müde. Ich will mich jetzt ins Bett legen und schlafen und nicht mit dir reden, Steffi. Ich entscheide, wenn wir reden. Nicht du. Ich bin müde. Was? Ich bin hier von meinen Kindern weg. Von meinen Kindern bin ich auch weg. Die heulen bestimmt. Wo ist Mama? Und du machst mir so eine scheiß Welle? Ich hab hier... Bin verletzt. Ich bin müde. Ja gut, sie hat halt wirklich schon einen Preis, den sie zahlt, um da mitzumachen. Darf man auch nicht vergessen. Und er reißt sich da überhaupt nicht am Riemen. Es stimmt schon, ne? Was soll der Scheiß? Du kannst ja wenigstens nicht hier diesen Macho rauslassen, der sich dann nur umdreht, immer geht, laut wird. Es muss dann nach dir laufen. Du kannst ja auch mal sagen, wie geht's dir denn heute? Ach man, das könnte er wirklich mal sagen. Hat er nicht einmal. Ich verstehe total, was sie meint. Ich bin hier weg von meinen Kindern. Und nicht von meinen Lingen. Ja, aber ich bin müde jetzt. Respektier das doch. Respektier doch, dass ich müde bin. Wenn man müde ist, kann man nicht reden. Da kann man nicht Leute fragen, wie geht's dir eigentlich? Wie soll das gehen, Steffi? Ich bin kaputt von meinen Wunden. Ich möchte von dir auch mal verständnis. Ich möchte von dir auch mal fragen. Ich hab doch verständnis die ganze Zeit und kümmere mich. Ich glaube, sie hat das langsam gecheckt, sodass er hier nur am Faxen machen war. Seit einem Jahr mache ich die Kinder alleine. Ja, komm. Es ist wirklich, ich brauche von dir auch mal Verständnis. Ey, komm, es fang nicht so an. Fang nicht so an, ne? Dat will er gar nicht hören, weil das ist wieder was, was irgendwie schlecht von ihm ist. Das hört er sich nicht an. Kannst du lieber nochmal ein bisschen Mitleid haben mit meinen Wunden? Hallo, was ich hier geopfert habe fürs Team, Steffi, wie undankbar bist du eigentlich? Okay. Ich fang nicht so an. Ich helf dir mit deinen scheiß Hot Banditos noch. Komm, es fang nicht so an. Gibt's die noch Hot Banditos? Ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist vorbei. Du brauchst immer Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm. Und jetzt gehst du wieder, du p******er Macho, echt. Du was? Das würde ich ja gerne, das ist was die meint. Du, p-p-perverser Macho vielleicht? Ne, das würden sie nicht zensieren. Mein RTL! Es macht doch jetzt keinen Sinn, jetzt aus der Emotion heraus. Anstatt, dass du mich einfach mal in den Arm, einfach mal fragst. Was soll das? Ich bin aber selber mit meinen Dingern zu kämpfen. Heilige Mutter Gottes, was ist das für ein Scheiß? Genau, ich, es geht mir ja um mich, ich, 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 Steffi. Wie soll ich dich denn da jetzt in den Arm nehmen? Wie soll ich mich denn einmal in unserer Beziehung hinten anstellen und dich als erste Wahl? Ja gut, die ist ja gar nicht mehr zusammen, das rede ich ja schon wieder, aber trotzdem. Okay, ich hab's verstanden. Ja, okay. Und ich bin hier die ganze Zeit für uns, die Starke. Bleib doch mal ein bisschen locker, Mann, ey. Bleib doch jetzt mal ein bisschen locker, dass ich hier seit einer Woche rumheule. Und es ist doch keine Belastung, Steffi, dass ich dich hier 24-7 runterziehe als Team. Das ist, ich verstehe wirklich nicht, dass du jetzt so aufbrausend wirst. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit für uns die Starke. Und dass ich auch die ganze Zeit weggehe und das Gespräch mit dir überhaupt nicht mehr suche, sondern sage damit, das ist vorbei, dir keinen Respekt zeige. Dass dich das irgendwie aufpuscht, ja, dass dich das sauer macht. Ach, bleib doch mal locker, Weib. Ich war ein Jahr lang unabhängig, ich war mit meinen Kindern. Ich habe versucht, meinen Schlager voranzutreiben. Und jetzt sind wir schon wieder hier und ich bin schon wieder die Starke für uns. Ich versuche, in den Challenges zu kämpfen. Ich versuche, hier positive Weib zu oben zu halten. Und du ziehst die ganze Zeit. Sagst aber, ich liebe dich und du willst wieder. Dass ich wieder, was soll ich denn machen? Der weiß gar nicht, was er machen soll jetzt auch, ne? Er streichelt sie jetzt zwar, ich glaube, weil sie gesagt hat, nehme ich doch mal einen Arm oder so. Aber so richtig hat der keinen Plan, wie man mit so einer Situation umgeht. Diese schweigen auch, ne? Mach's Maul auf und sag irgendwas. Und jetzt? Schatz, das liegt bei dir, so. Was liegt bei ihr? Ich bin, wie ich bin, so. Das weißt du, so. Das ist meine Persönlichkeit. So, ich kann mich nicht, äh, kann meine DNA ja nicht ändern. Das ist so ein Bullshit, dass er das als Ausrede benutzt. Er ist so, er ist so. Dann kann Steffi jetzt auch sagen, ja, ich bin so. Sorry, wenn ich jetzt hier mal aufbrausend bin, dann bin ich so. Kann ich mich nicht ändern für meine DNA. Was für eine Scheiße. Das entschuldigt ja, wenn man will, alles im Leben. Aber wenn das so weiterläuft, ich bin halt so. Dann bleibt es dabei und dann sind wir wieder am gleichen Punkt, wo wir waren. Ja, ist doch auch gut. Ihr seid doch sowieso schon getrennt. Wollen die es jetzt wirklich nochmal probieren, oder was? Ich bin auch Teil dieses Teams. Es ist nicht dein Team. Es ist genauso mein Team. Du bist nicht alleine in dem Team. Das versteht ihr denn nicht. Es geht nur um ihn. Guck mal, alles hängt von seiner Stimmung ab. Am Anfang hatte der noch eine gute Stimme. Die hatten Sex in der Villa und so. Es lief super. Der hat ihr Komplimente gemacht, gesagt. Irgendwie, er hat ja doch, er liebt sie ja doch. Bla, bla, bla. Aber das war nur, weil es ihm gut ging. Weil er ein Spiel gewonnen hat. Weil er dachte, er ist der King im Haus. So, das hängt alles von seinem Ego ab, von seinen Emotionen. Wie er sich gerade fühlt. Und sobald er sich scheiße fühlt, ist es vorbei. Es ist vorbei. Er hat auch keinen Bock mehr auf Steffi. Krass. Ja, Traummann. Auf jeden Fall. Du weißt, wen du kennengelernt hast und mit wem du zusammengekommen bist. Und ich mag schon sehr viel für uns. Das weißt du auch. Was hast du denn da gemacht? Oh Gott. Oh Gott. Ja, sag doch mal. Würde mich jetzt auch interessieren. Nee, das wird mir jetzt echt zu flach. Warte mal. Nein, ich will dir mal... Guck mal, jetzt gehst du wieder. Es ist schon ein bisschen peinlich auch, wenn ich ehrlich bin. Kühle, du schütt mich an. Glaub und denk, was du glauben willst. Alle weggucken und suchen, ob wir geredet haben. Und nicht erkennst, wer ich bin. Ja, ich bin... Sorry. Du bist ein arrogantes Arschloch und haus wieder ab. Tschüss. Nee, nee, das reicht mir. Nee, das ist genug. Bringt ja nichts. Ich hab mir jetzt genug angehört. Hast du einmal Unterhalt bezahlt das letzte Jahr? Das interessiert mich jetzt aber auch brennend. Einmal Unterhalt? Hä? Hast du einmal Unterhalt bezahlt? Zweimal in Zwischenmonaten. Das ist wirklich zu much. Das ist wirklich zu much. Das ist, findet er, too much, wenn das Facts sind, Alter. Also erst mal hier. Was ein Typ. Was ein Typ. Die ist ja wirklich dann alleine mit ihren Kindern. Die erzählen den Kindern aber weiterhin. Mama und Papa sind zusammen. Weil er das wahrscheinlich so will. Keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiße für ein Kind? Das traumatisiert auf jeden Fall mehr, als wenn deine Eltern sich trennen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber wie krass ist das? Du wirst doch nie jemandem vertrauen können, wenn du dann irgendwann erfährst, ey, wir sind übrigens schon seit zehn Jahren getrennt. Und so, wir haben euch die ganze Zeit belogen, weil wir nicht gedacht hätten, dass ihr die Wahrheit verdient habt. Wie schlimm ist das? Und jetzt ist es ihm auch wieder zu weit, weil sie sagt was, was irgendwie wieder zeigt, was er für ein Typ ist. Ey, das ist ja kein Unterhaltszeit, ne? Das ist ja nicht mehr für Steffi. Es ist für seine Kinder. Für seine Kinder, wo er sich entschieden hat, die in die Welt zu setzen. Das ist einfach so traurig. Hallo. Danke, Stefanie. Super. So ein Arschloch. Richtiger Wichser. Ich finde es schön, dass die Mädels direkt hingehen und sie da jetzt unterstützen wollen. Was ist da passiert? Willst du drüber reden oder nicht? Erzähl mal. Der macht einfach sein Ding hier. So wie er möchte. Der geht, wenn er nicht reden will. Der macht, was er will. Wenn es um meine Kinder geht, die habe ich das letzte Jahr alleine finanziert. Ja? Alleine? Scheiße. Ich dachte mir allen Ernstes, einen Monat hat er Unterhalt bezahlt und dann am nächsten Monat, ich so, ja, wie sieht es aus? Ja, du hast doch letzten Monat bekommen. Ich sehe ja, die Kinder haben jeden Monat Hunger. Ich finde das auch so schlimm, dass man dann als Mutter, also keine Ahnung, oder als der Erziehungsberechtigte, der dann die Kinder hat, dem Geld noch hinterherlaufen muss. Dem Geld, was ja nicht für einen selber ist, sondern für die Kinder. Das ist so ekelhaft. Glaubst du, die haben nur im Mai Hunger? Was ist mit Juni und Juli und August? Da sieht man mal, dass er auch kein Gefühl hat. Und ich finde es auch krass, jetzt muss ich auch wieder daran denken, dass er ja ständig gesagt hat, als es so gut lief in den ersten Folgen, das alles ohne Außeneinfluss, ohne die Kinder, der hat immer wieder betont, ohne die Kinder, ohne die Kinder. Wie wichtig sind ihm eigentlich seine Kinder so, wenn du es nicht mal schaffst, Unterhalt zu zahlen? Also was ist da sein Problem? Verdient er überhaupt kein Geld? Oder, also ist er pleite? Was ist es? Weißt du, gibt es einen Grund dafür? Oder ist es einfach nur, dass er halt wirklich denkt, ich habe doch einen Monat bezahlt, das reicht jetzt erstmal wieder für ein Jahr? Traurig. Aber das Ding ist halt, die Kinder haben trotzdem Hunger. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann bleibt es halt alles an Steffi kleben. Aber vielleicht ist es auch eine Erkenntnis für dich, ändern kann es einen Mann nicht. Das kannst du nicht. Entweder man nimmt ihn so, wie er ist, es geht nach ihm. Oder du gehst. Oder ich gehe. Ida, die ist schon längst gegangen. Der ist ja müde, der legt sich jetzt erstmal hin, ne? Ich kann mich selbst halt nicht immer vergessen oder hinten anstellen oder sein, also für mein Leben, für sein Leben geben oder nur hinter ihm her singen und tanten und wischen. Und ich fühle mich einfach immer stehen gelassen und alleine gelassen. Da soll ich euch was sagen. Sie hat so recht. Und ich bin froh, dass sie das realisiert hat. Und ich glaube, sie hat es ja auch schon lange realisiert. Sie hat ja gesagt, ein Jahr ist sie jetzt schon selbstständig, unabhängig von ihm. Und das reißt sie jetzt gerade alles wieder zurück, was hier passiert. Erst wieder Hoffnung. Er macht ihr so krasse Hoffnungen und so. Die nähern sich wieder an, die küssen sich, bla bla bla. Und dann lässt er sie wieder komplett fallen. Ist wieder genau derselbe Mann, den sie verlassen hat. So. Es ist traurig. Geht's gar nicht gut, ne? Nee, ich hasse sowas. Ich hasse so Streit. Ich kann's aber nachvollziehen. Weil du nichts an der Tatsache ändern kannst, ne? Ich kann's ja nicht ändern. Er wird sich eh nicht ändern. So zu sehen, dass ihr Traum so platzt. Das macht mich halt schon traurig. Mich auch. Ich mein, sind wir jetzt mal wirklich ehrlich, Butterbeidefische. Sie redet davon, sie will ihren Schlager vorantreiben und so. Natürlich ist so eine Show, die ausgestrahlt wird, Marketing auch. Sie kann sich endlich zeigen. Sie ist eine Person, die da mitmacht, die von vielen in Deutschland gesehen wird und so. Das ist Vermarktung. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ihr wird das auch jetzt gerade einfach kaputt gemacht durch ihn. Weil er nicht mehr kämpfen will. Er sagt, ich kann nicht mehr, aber denkt nicht daran, dass sie ein Team sind, sondern nur an sich, wegen seiner blöden Armverletzung. Der weiß ja nicht mehr, was für Spiele kommen. Und es könnte ja sein, das nächste Spiel ist wirklich eins nur mit Kopf. Wo der auf einem Stuhl sitzt und den Bim-Bam baumeln lassen kann. Keiner weiß das. Aber er zieht ja alle in seinem Team, also Steffi, komplett runter die ganze Zeit. Das ist doch einfach nur traurig. Und es geht nur um ihn. Und guck mal, wenn es wirklich so ist, dass er die Kohle nicht hat, diesen Unterhalt zu zahlen, dann gib doch erst recht Gas, um das Ding zu gewinnen, um endlich für deine Kinder finanziell da zu sein. Das müsste doch Ansporn genug sein. Silva. Mhm. Was ist los? Was ist los? Ich möchte nicht, dass wir uns hier so streiten. Nee, möchte ich auch nicht. Verstehe nicht, was mit ihr los ist. Verstehe ja wirklich nicht, was mit ihr los ist. Das ist doch ganz normal. Das ist doch so wie immer. So hat sie ihn doch kennengelernt als Weichei. Das immer ständig rumheult. Warum nicht? Weißt du was? Komm's her. Weißt du was? Aber ich will darauf nie weiter eingehen. Nein, aber wie geht das? Jetzt wollen wir so Streit haben. Wir haben noch keinen Streit. Wir haben keinen Streit. Einfach einreden, wir haben noch keinen Streit. Ihr habt Streit, obviously, ihr habt Streit. Aber einfach sagen, wir haben noch keinen Streit. Alles unter den Teppich kehren. So läuft's. Aber wenn wir uns hier so bestreiten, Streiten wir uns jetzt nicht. Ich kann das nicht. Nein, Streiten wir uns nicht. Komm her. Komm, streiten wir uns nicht. Das ist doch Quatsch. Ich finde, er könnte sich einmal entschuldigen. Einmal sagen, sorry, dass ich nie gefragt habe, wie es dir geht. Ich weiß, ich war in den letzten Tagen echt anstrengend. Es tut mir mega leid. Mir hat halt der Arm total wehgetan. Und irgendwie, ich kenn das ja. Wenn mir was weh tut, ich bin auch noch hellsüße. Ja, aber ich finde, wenn man merkt, dass man die anderen damit runterzieht, dann halte ich meine Schnauze, weil es doch nichts ändert. Nur weil du die ganze Zeit dein Leid teilst, geht's ja dadurch nicht besser so. Wisst ihr, wie ich meine? Außer ich bin bei meiner Murmel, bei meiner Mami. Dann ist es doch okay. Ja. Aber sonst, dafür könnte man sich auf jeden Fall entschuldigen. Und dafür, dass er keinen Unterhalt zahlt. Junge. Das ist aber absolut sowas von fällig für eine Entschuldigung. So, jetzt ist hier nächster Morgen. Gucken wir mal, wie die Stimmung zwischen den Beinen jetzt ist. Gut sieht so aus wie der Mann, Mann, Mann. Dankeschön. Wirklich. Ach, schön. Jetzt macht er wieder nette Komplimente. Jetzt ist er wieder nett. Mal hümerhot. Ich kann ja nur versuchen, mich zu verändern und mich zu verbessern. Im Gespräch zu bleiben mit dir in der Kommunikation. Und versuchen, meine Emotionen im Griff zu haben. Und das Temperament und so zu zügeln. Ich kann ja jetzt hier keinen Schwur ablegen. Das kann ich ja nie halten. Aber ja, hat er recht. Aber er kann doch nicht sagen, auf der einen Seite, dass er sich versucht zu verändern. Und dann das. Das ist doch ein Widerspruch. Hast du auch einen Hausspiegler? Einen Spiegler mit so einem Toastbruch. Ja. So Speck. Ja. Ja. Finde ich auch. Aber das kannst du dir nicht sagen. Die weiß ja gar nicht, wie das geht. Warum solltest du das überhaupt ihr sagen? Wenn es eine Frau ist und die für dich kochen soll, beruhig dich mal ganz schnell. Die weiß nicht mal, wie die Pfanne aussieht. Ja, du denkst auch, ich kann gar nichts, ne? Die weiß nicht mal, wie eine Pfanne aussieht, glaube ich. Sollte ich mich verarschen? Weißt du auch, wie eine Pfanne aussieht? Weißt du auch, wie eine Pfanne aussieht? Ich glaube, es ist wirklich nur ein Witz von Giuliano. Deswegen halte ich mein Maul. Boah, ist das eine Wichstruppe, Alter. Als ob ich gar nichts kann, Alter. Ich bin auch eine Frau. Ich habe nur mal keinen Bock dazu. Aber kochen kann ich auch. Ey, ist doch voll okay, wenn nicht, Alter. Entweder du kannst kochen oder nicht, aber da geht es doch um Menschsein und nicht um Mann, Frau, was weiß ich. Boah, dieses Gelabern, das nervt mich so sehr. Ich bin gerade voll aggressivisch. Boah, Gustav, machst du mir auch einen Spiegel ein, bitte, bitte? Gleich macht zehn Stück, bewegt dein Arsch hier selber hin. Also kochen kann die echt nicht, ne? Die kann eigentlich gar nichts machen. Sie kann nicht aufräumen, sie kann nicht kochen. Sie kann Essen bestellen und Geld ausgeben. Das kann sie machen. Und sie weiß, wie man Geld verdient dazu. Klingt halt wie ein Mann, ne? Irgendwie ein bisschen, oder? Kann Essen bestellen, Geld ausgeben. Perfekt. Also alle Männer hier haben gerade eben gesagt, dass du eigentlich nichts kannst. Du kannst wieder kochen. Ich kann kochen. Haben die gesagt, du kannst wieder kochen, du kannst wieder aufräumen, du kannst wieder bügeln. Wir haben alle gesagt, du kannst nur Essen bestellen und Geld verdienen. Das war's. Also ich kann. Ich finde es halt geil, ne? Weil Melissa geht das absolut am Arsch vorbei. Ich glaube wirklich, das ist alles hier nur Scherz und bla bla bla. Aber die denkt sich, ich kann das doch alles. Geh weiter. Hier auf mein Toast mit Butter. Wo ist denn die Butter? Ja, keine Ahnung. Warte kurz. Meist ist Butter im Kühlschrank. Das weißt du noch nicht, Meils. Hallo. Ihr tut auch so, als ob ich richtig blöde bin. Ich kann auch kochen, wenn ich will. Ich finde nur, dass es verschwendete Lebenszeit. Ich auch. Obwohl, manchmal, wenn ich es mache, ne? Dann denke ich, oh, ist ja doch ganz meditativ. Aber ich habe halt wirklich keine Zeit dafür. Oder ich bin busy, busy, busy. Hallo. Hallo. Wer denkst du, wer du bist? Aber ich kann schon kochen, wenn ich will. Also, ich schau, ich habe dich noch nie kochen gesehen hier drin. Hey, natürlich. Immer an meiner Schicht. Also, ich habe dich auch noch nie gesehen. Ganz ehrlich. Wollt ihr mich verarschen? Was ich auch geil finde, ne? Das Gustav, dein Kochen ist ein Spiegelei machen. Alles klar. Ne, ne, ne. Das können die auch nicht. Ich habe schon mitgemacht. Ne, habe ich auch noch nie gesehen. Echt? Ihr verarscht mich doch. Ich habe einmal mit Fabio zusammen Pasta gemacht mit dieser Soße. Ja, aber Pasta sind ja nur das heiße Wasser tun. Alter, Gustav. Kein Kochen. Ja. Das Ding ist, ich glaube, alle machen Spaß, bis auf Fabio. Fabio nimmt die ganze Sache hier ein bisschen zu ernst. Sie hat sich gar nicht verändert, weißt du? Sie kann nur sagen, ich kann nicht kochen, ich kann nur bestellen und Geld verdienen. Das war auch ein Thema. Und so? Weil wenn du mit deiner Frau zusammen lebst, ja, die Frau muss nicht in die Küche sein. Aber ab und zu streng dich ein bisschen an, probier ein bisschen was zu machen. Nein. Aber wenn sie doch wirklich die ganze Zeit immer nur arbeitet und keine Zeit wieder für sowas hat, wann soll sie das denn machen? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das jetzt... Nein. Doch. Deswegen sind wir auch nicht mehr zusammen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wirklich. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wirklich. Ohne Spaß. Warum hat man bei dir morgens? Sagt man, man kann auch morgens noch nichts bestellen. Bestell auch morgens. Ja. Ist okay für mich. Wir haben so eine App, da kannst du morgens nichts bestellen. Ja, aber ganz okay für mich. Was? Fühl dich schuldig. Oder? Wie glatt denn? Sag's dir. Länger. Länger. Der spinnt, der Fabio. Fühl dich schuldig. Wofür? Weil die nicht kochen kann, Alter? Fühl du dich doch mal schuldig. Wofür? Weiß ich noch nicht. Überleg ich mir noch was. Aber sich nie ändern. Ja, muss sie doch auch nicht. Wozu muss sie sich denn ändern? Du weißt es dir so nicht und dann ist doch auch okay. Ich bin halt ein gemütlicher Mensch. Er denkt, er ist was Besseres. Alles muss nach ihm gehen. Ja, also lass dich davon nicht verunsichern. Würde ich mal behaupten. Was geht bei Salva und Steffi? Habt ihr noch Motivation hier zu bleiben, ja? Oh, ich mein Kate und Salva und Steffi. Naja, ich mein meine Verletzungen. Eher nicht. Die Verletzung sieht doch super aus. Das sind noch ein paar Blutergüsse, aber ist doch verheilt. Warst du mal beim Optiker? Naja, das bringt nichts. Ich hab Schmerzen. Ich hab heute noch mehr Schmerzen als sonst. Was siehst du? Was bringt das? Da kann ich dann aber auch wiederum nichts machen, weißt du? Kann ich jetzt auch nicht. Scheiße. Was musst du machen? Das sieht doch echt so richtig, richtig krass aus. Das tut doch scheiße weh. Vor allem bei der Hitze, ne? Natürlich und mit der Feuchtigkeit und so. Mit der Feuchtigkeit. Ich geh zwar ständig in den Pool und so, ne? Es tut der Wunde überhaupt nicht gut, aber es tut scheiße weh. Rück zu Fabio und Malisa. Malisa ist immer so gewesen. Die Küche war immer scheiße. Und sie sagt mir, Fabio, geh nicht in die Küche. Du wieso nicht? Ich mach die Tür auf. Fliegen. Mücken. Alle gestapelt. Bist du bescheuert? Du hast eine Spülmaschine. Was machst du? Ja, ich hab keinen Bock. Ich mach das morgen. Alter, spinnt der? Guck mal, Malisa sitzt nicht mal mehr am Tisch und der haut da solche Sachen raus. Geht's noch? Du machst das morgen. Siehst du die Fliegen, die Mücken und so? Die legen ja auch Eier und so. Ja, und was für Eier. Ich wollte verstehen, wo diese Katzen, wo die verfickten Mücken, woher die kommen, ja? Und dann mach ich einen Schwank auf und da sind die ganzen Packungen von Reis, von Nudeln, von so. Vorratsschrank. Und da sind ein paar Mücken, ein paar Mücken, die rausfliegen, ja? Dann schau ich mal die Ablaufdatum. Da waren Packungen, die offen waren, von 2014, 2013 abgelaufen. Dann hab ich alles ausgeräumt. Alles ausgeräumt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Müllsäcke voller Motten, voller Würmer hinter diesem Schrank. Das war alles voll. Ey, sorry, ich muss da ganz kurz mal eingreifen. Erstens, hat der schon mal was von Mehlwürmern und so gehört, von diesen Motten? Wenn du da einmal von befallen bist, die sitzen überall. Überall. Und da musst du wirklich einmal alles wegschmeißen. Aber das musst du halt auch erstmal begreifen, dass sie da sind, ja? Und wenn die einmal da sind, die vermehren sich krass. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Sachen von 2016 oder so sind abgelaufen. Also wenn da Nudeln von 2016 stehen, was soll damit passieren? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja nichts, was anfängt zu schimmeln oder es ist ja keine Mango oder irgendwas. Oder Reis oder so. Das ist doch absolut scheißegal, oder? Okay. Habe ich aber auch keine Ahnung. Das ist das Erste, was ich dazu sagen will. Und das Zweite ist, was ich dazu sagen will. Ich finde das eine absolute Frechheit, was der hier macht. Dass der solche Dinge sagt über Malisa. Ich bin mir sicher, das ist etwas, was für Malisa, es ist ihr bestimmt bewusst. Und es war ihr bestimmt damals auch unangenehm. Und das jetzt hier in die Öffentlichkeit zu tragen, finde ich eine absolute Frechheit. Vor allen Dingen, nachdem er zu ihr gesagt hat, sie ist ja so scheiße, dass sie irgendwie sagt, die hat ein schlechtes Sexleben, was er ja sowieso schon seit Temptation Island überall rum erzählt. Aber einmal wurde seine Männlichkeit damit infrage gestellt, dass er nicht so gut im Bett ist, wie er immer tut. Und das fand er so schlimm. Aber dass er sie jetzt so vorführt, das findet er nicht schlimm? Ey, da bin ich wirklich enttäuscht von Fabio. Man kann immer sagen, dass man irgendwas nicht leiden kann, dass man irgendwas nicht gut findet. Aber mach es doch respektvoll. Ich hatte Gänsehaut mit Malisa. Wie hast du gelebt die letzten Jahre? Und sie hat sich immer gefragt, wo kommen die Fliegen her? Ja, ja. Ja, alles doch schön. Ja, ich lasse da nicht. Ich sage einfach nur, wie die Sachen waren. Weil viele Leute sagen, dass ich Psychopath bin. Ne, ne, wenn du sowas siehst. Du machst jetzt auch nicht den besten Haushalt so. Das kann ich schon bestätigen. Das kann er bestätigen. Also er hat auch schon mitbekommen, wie sie den Haushalt macht und so. Aber menschlich kannte er sie damals nicht, weil gewumms haben die ja damals noch. Jetzt würde das ja nie wieder machen wegen menschlich, ne? Geiler Typ, ne? Als ich angefangen habe, das alles aufzuräumen mit den ganzen Mutten direkt in den Müllsack und sie hat das gesehen, sie hat mich nicht mal geholfen. Ich meinte, bitte hilf mir. Nein, 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 ich muss Geld verdienen. Siehst du? Wenn die gerade arbeiten muss, vielleicht ist es ein schlechter Zeitpunkt gerade. Vielleicht denkt die ja, lass es gleich heute Abend machen. Ich muss jetzt hier noch die Kooperation abdrehen. Whatever. Nein, es muss genau dann jetzt passieren, weil Fabio es jetzt will. Was für Geld verdienen? Nimm deine 10, 15 Minuten Zeitung und hilf mir dabei. Das ist deine Wohnung. Sie liebt es, recht zu haben. Sie liebt es, mich runterzumachen. Hä, du doch genauso, Alter. Aber wenn sie schuld ist, dann geht sie weg. Aber sie ist doch nicht schuld, es ist ihre Wohnung und wenn es da drin verträgt, dann ist es... Das verstehe ich nicht. Aber sie ist doch nicht schuld, es ist ihre Wohnung und wenn es da drin verträgt, dann ist es... Ja, eigentlich ihre Schuld, oder? Dann habe ich ihr gesagt... Sie fühlt sich halt jetzt so ein bisschen bloßgestellt. Ja, ich würde mich auch bloßgestellt fühlen, doch. Ich auch. Das ist so assi. Also... Oh, nee. Geht gar nicht. Das ist einfach nicht fair. Ich wünsche, die würde noch ein bisschen auspacken über Fabio und seine Männlichkeit. Das hat mir gut gefallen. Boah, Kapitän. Doch, doch, doch. Sachen, die acht Jahre abgelaufen sind, die sind ja auch in der Wohnung. Ey, sorry, aber manchmal, wenn ich bei meinen Eltern unten im Keller bin, die haben da auch so ein paar Konserven stehen, ne? So... Einfach so ein Vorrat. Da sind auch manchmal irgendwelche Konserven, die sind seit fünf Jahren abgelaufen. Gut, die benutze dann nicht, schmeiße dann weg, aber trotzdem stehen sie erst mal da. So. Fände ich nicht schlimm. Er tut ja so, als wäre es absolut krass schlimm, was hier passiert. Natürlich, klar mit Fliegen und bla bla bla, ne? Ist nicht so geil, aber... Wir dürfen auch einfach nicht vergessen, dass es Menschen gibt. Für die ist sowas, was für andere absolut selbstverständlich ist, Kleinigkeiten, nur 10, 15 Minuten Arbeit, für die ist das absolut schlimm. Die können das nicht. Vielleicht, weil sie ADHS haben oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, da kann man nichts für, da kannst du nichts, kannst du nicht, kannst du nicht ändern. Also kannst du ändern, aber was super viel Arbeit auch erfordert und Kraft für diese Menschen. Auch so ein Messi, der ist doch nicht gerne Messi. Für den ist das einfach unvorstellbar, sich mit diesem ganzen Kram auseinanderzusetzen, die Dinge wirklich wegzuschmeißen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Da häuft es sich einfach immer mehr an. Das ist eine Krankheit, so. Und vielleicht hat Melissa da ja auch irgendwas, was krank ist oder was weiß ich, ne? Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wie schlimm das wirklich ist, weil irgendwie es klingt, wenn es jetzt wirklich Mehlmotten und so sind, ja, wie gesagt, das kann halt mal passieren. Das ist ja wirklich richtig, richtig, richtig fies. Er ist ein Mensch, das muss immer nach seiner Nase gehen. Das muss immer nach ihm gehen. Er ist ein richtig krasser Egoist und in der Beziehung, wo ich so eine rosa-rote Brille auf hatte und so unfassbar verliebt war, habe ich oft alles nach seiner Nase gemacht und mich nach ihm gerichtet, bis ich irgendwann gemerkt habe, wie respektlos er mit mir redet, auch vor anderen Menschen, wie er mich blamiert vor anderen Menschen. Das war mir immer, Markus, das war mir so, er stellt mich immer vor anderen Fokus. Mann, jetzt fallen sie auch noch. Alles gut. Nee, das macht mich so sauer. Das macht mich so sauer. Ich hasse das, wenn Frauen wegen einem Mann weinen. Oh, jetzt kommt Mama Chefin einfach, die räumt jetzt auf hier. Jetzt passiert. Meinst du hier jemand? Kate ist Mama Chefin, das ist so, ne? Nicht so geil. Er übertreibt immer komplett. Ja, das klingt, als wäre sie ja voll der Messi. Du hast mich so schlecht dastehen lassen. Ich habe dich nicht scheiß dargestellt. Ich habe einfach nur über die Wahrheit erzählt, wie unser zusammenleben war, wie wir zusammen gelebt haben. Der sieht es auch gar nicht ein, ne? Ist ihm scheißegal. Entschuldigung sagen, können die meisten Leute nicht. Aber wenn sie dann da sitzt und sagt, unser Sexleben war sowas von scheiße, Fabio. Und er dann sagt, du hast mich bloßgestellt. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Ich habe nur Facts gesagt, wie es war. Unser Sexleben war scheiße, Fabio. Der wird heulen. Boom. Ich habe gerade gar keinen Bock, überhaupt noch mal mit ihm zu reden. Jetzt ist es für mich wieder so ein Punkt, wo ich sage, fick dich, Alter, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Weil es ist immer dieses, und das macht er immer in allen möglichen Situationen. Er für mich hat da auf jeden Fall Grenzen überschritten mit diesen ganzen Details zu ihrer Kücheneinrichtung und den Inhalten der Schränke, wo ja alles wohl abgelaufen ist und dem irgendwelche Maden rausgekrabbelt sind. Also wenn du sowas erzählt hättest, dass bei mir sowas zu Hause stattfindet, boah, ich würde das rausgekrabbelt. Punkt. Kate for President. Kate, also ich finde, das macht man nicht. Diese Ausrede, dass sie Geld verdienen kann, das ist keine Ausrede. Ich verstehe dich, Schorgen. Die Katzen muss stinken, putz die Katzen, wenn das deine Wohnung ist. Ich verstehe dich. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht, weil es einfach so viele Spektren von Menschen gibt. Und damit hat er sich natürlich wahrscheinlich noch nie auseinandergesetzt. Für ihn gibt es halt nur ihn. Und so zu sein wie er ist das einzig Wahre, das einzig Richtige. Aber so funktioniert die Welt halt einfach nicht. Ekelhaftes Verhalten einfach. Ekelhafter Charakter. Dann sehe ich diese Katzenlustrichtige Klumpf und von Pisse und Scheiße. Ich bin so froh, dass ich diesen Menschen nicht mehr liebe. Der kann mich einfach am Arsch lenken. Ich wollte Sex haben, jeder Quadratmeter. Auf die Küche, in die Küche, in die Toilette, in die Dusche, egal wo. Und dann kommen die ganzen Viecher. Hä, was redet der da? Also erstmal mit dem Katzenklo, krass. Ich habe keine Katze, ich weiß nicht, ist das normal? Macht man das nach jedem Mal weg? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zweitens. Also er will Sex haben, aber überall ist es dreckig und deswegen kann er nicht. Und das regt ihn so auf, oder was? Es war so, ich habe mich so unwohlen gefühlt. Was ich auch nicht verstehe, er redet doch von dem Zusammenleben. Die haben da zusammen gewohnt. Aber Melissa ist dafür verantwortlich, dass die Wohnung gut ist? Obwohl sie auch dafür verantwortlich ist, die Kohle nach Hause zu bringen? Also, was ist denn da eigentlich los? Alles tot. 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 Und du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, wie man zusammen mit einem Mann lebt. Ach so. Ist so. Du hast keine Ahnung, wie man zusammen mit einem Mann lebt, Melissa. Da putzt man den ganzen Tag und kocht und macht das Katzenklo sauber. Ich mache das nicht. Ja, Gott sei Dank habe ich doch die Beziehung beendet. Du bist eine Messie-Frau, du bist Messie aber richtig, richtig. Und das hat irgendwie immer nie gepasst in unserer Beziehung. Ich finde das hart, ne? Ja, jemanden wirklich als Messie zu betiteln, das ist doch wirklich eine absolute Frechheit. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Und weiß ja, dass diese Menschen psychisch krank sind. Wenn ja, würde der sich doch gar nicht trauen, das zu sagen, oder? Da hat man doch mal ein bisschen Empathie. Nö, nicht der Fabio. Irgendwo sind Grenzen, ich habe mich da rausgemacht. Nie gepasst. Klar. Wahrscheinlich wird es heute das letzte Mal sein. War eine geile Zeit. Ach, jetzt geht hier die Silbershow wieder los. War ein geiler Wettkampf, war geil. Hat immer einen, weißt du, wo man sich reiben konnte. Hier waren wir Konkurrenten. Weißt du, wirklich jetzt immer danach, wenn man das Ganze sportlich sieht, dass man sich danach in die Augen schauen kann, weißt du, das Ganze sportlich sieht. Also, alles klar. Danke, Mann. Finde ich cool. Bist ein guter Typ, Mann. Was war der da? Beschwichtigt der die alle? Wegen Nominierung oder was? Jetzt eine kleine Massage noch für Nico. Einfach mega, mega. Zehn, zehn. Dankeschön. Und alles, was gelaufen ist, das war das Mensch, das war das Game. Nimm es nicht persönlich. Nein, nein, nein. Und warst dann so ein bisschen das Baron Opferstabeln auch so ein bisschen leid, weißt du, weil du ja auch ein emotionaler, sensibler Mensch bist. Wie gesagt, nimm es nicht persönlich. Ich hoffe euch beiden, dass ihr da auf jeden Fall irgendwie zumindest eine Freundschaft bei euch irgendwie, weißt du? Ja. Danke dafür. Ist auch so fake gewesen. Und Marlies ist taff. Die geht sowieso ihren Weg, ja? Marlies sagt er immer noch. Hat der Arsch auf? Ey. Lol. Marlies. Marlies, du machst deinen Weg, dir brauche ich gar nicht viel erzählen. Ich glaube, das ist doch das Problem mit Marlies. Das ist eine Frau, die hat eine Meinung. Die sagt da auch mal was. Die lässt sich nicht von dem so verarschen. Wenn der da durch die Buhle rennt, wenn alle noch pennen und Leila singt, dann sagt die, halt dein dummes Maul und das geht nicht. Weil Gegenwind kannst du dem nicht geben. Da will er ja sofort weg. Das kann er nicht hören. Er ist ja der Perfekt. Ja, ich denke, du bist eine taffe Frau. Boah, nee, der braucht mich heute nicht mal anquatschen. Der soll mich nicht zutexten, der soll mit ihm nicht reden, der soll mich in die Nähe kommen, weil ich bin eh schon auf den richtig genervt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Szene von dem Tag mit Leila stammt und nicht heute, weil ihre Haare sind auch ganz anders und das Outfit war genauso und blablabla. Abschiedsrede vom Grafen, Alter. Also ich glaube halt einfach, dass sie wirklich denken, sie werden nominiert und jetzt verschiedene Taktiken versuchen, dass sie nicht nominiert werden. Hat sie bestimmt recht, aber ist doch auch okay. Lass sie doch ihre Taktiken fahren. Wir haben alle da irgendwie eine Taktik. Ich kann meinen Penis wieder sehen. Nee, nur da guck. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Aber dass der jetzt kam, das finde ich in Ordnung. Das finde ich. Nein, ich fand dich jetzt gerade voll schleimisch wieder. Du sagst immer ganz anders alles und jetzt kommt er einmal her und sagst so game blabla. Und die so oft ist es nicht. Gloria hat sich da auch passieren lassen, kein Wort gesagt. Hä? Ich sage ehrlich, es ist aber auch sein schlechtes Gewissen, dass er es hat. Er hat sich ja jetzt selbst gedemütigt. Er hat aber auch mitbekommen, dass sie es alle gerafft und gecheckt haben. Ja, aber er hätte es trotzdem weitermachen müssen. Er hat sich selbst... Na ja, egal. Verdient sie wohl das Geld? Ja, sie verdient das Geld, macht alles alleine. Und was macht er? Wahrscheinlich mit seiner Musik, aber es gibt viele Leute, die sind berühmt und arm. Ey, was ne Weisheit. Stimmt, ne? Aber wie krass, sie verdient auch noch das Geld. Was macht er denn dann den ganzen Tag? Ja, hat sie es ja schon gesagt. Auf dem Sofa sitzen und immer dicker werden, ne? Krass, und sie kümmert sich auch seit einem Jahr um die Kinder. Was ist da los bei Silber? Steckt vielleicht in einer Depression oder so, weil der Erfolg nicht mehr da ist? Oder was ist da los? Sie ist genauso fake wie er. Die hat mir dreckig ins Gesicht gelacht. Allein wenn einer schon mal dreckig ins Gesicht lacht, weiß er, dass sie ist fake. Ey, Moment mal. Wann hat die dir denn dreckig ins Gesicht gelacht? Steffi, ist die fake? Ich glaube, die ist eine ganz nette. Ja. Sandra und Giuliano. Ach du Scheiße, es steht der Fragenhagel an bei Sandra und Giuliano. Sandra und Giuliano. Habe ich schon ein bisschen drauf gewartet, bin ich ehrlich mit euch? Same. Ich hoffe, die Fragen, warum hast du mich damals belogen mit der Vasektomie, warum stünde das gar nicht, wieso hast du das überhaupt erzählt? Ich will da eine Aufklärung. Also das Ende ist komplett offen, ich kann es wirklich nicht vorhersagen. Wie findest du denn das Kleid? Toll. Das ist so süß, ne? Die hat sich das vorher von Malisa geborgt. Hattest du nicht auch so eins an Schwarz? Ja, so ähnlich. Und auch eins in Grün. Ja. Und auch eins in Rot. Ja. Das ist aber, ich find süß, dass er das weiß. Also, dass er da wirklich schon ein bisschen Aufmerksamkeit auch mal drauf hat, was sie so für Klamotten trägt. Wow. Ich muss mich ja kurz reden, also kann ich weitergehen. Ich war einfach nur so verletzt. Warum ist dieser Mann jetzt verletzt? Erklärt mir das. Und in dem Moment musste ich irgendwie das raus. In dem Moment musstest du weiter auf mir rumhaken, obwohl ich zu dir meinte, Fabio, lass es einfach. Das heißt, lass es einfach. Du weißt, dass ich das nicht lasse, weil ich nicht so bin. Weil ich ein Mensch bin. Wenn ich verletzt bin, dann mach ich alle anderen auch runter. Ich will dann Gerechtigkeit schaffen. Und Gerechtigkeit bedeutet für mich, Leute fertig zu machen. In den Dreck zu ziehen. Tschö. Ja, aber dann solltest du vielleicht auch mal anfangen, an dir zu arbeiten als Mensch. Nein. Und mich nicht vor versammelter Mannschaft bloßstellen. Das hat nichts mit bloßstellen zu tun. Doch, das hat sehr viel mit bloßstellen zu tun. Dass der das nicht checkt. Einmal mal. Lisa, sag bitte einmal noch mal was über seinen Penis oder sonst was. Dann schauen wir mal, was wird. Ich habe mich leider in sie verliebt. Und es gibt dir trotzdem nicht das Recht, so über dich zu denken oder das auszusprechen. Das war einfach nur eine Tatsache von unserem Zusammenleben, warum du aussagst. Ja, ich sag dazu nichts mehr. Warum du aussagst, dass es nicht klappen kann, dass wir zusammenleben. Wir sind nicht mehr zusammen. Was willst du jetzt sagen? Wir sind nicht hier. Fabi, ich habe alles gerade schon 100 Mal von dir gehört, was willst du mir sagen? Wir sind nicht hier gekommen, um irgendwas zu retten. Nee, natürlich nicht. Hey, aber ganz ehrlich, Lisa denkt das doch auch gar nicht. Die hat mit dem Schluss gemacht und Punkt. Ich glaube, er denkt das manchmal still und heimlich. Und dann kommen wieder so Gründe, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, dass Gustav Giuliano darauf rumhacken, dass Melissa nichts kann, nicht kochen kann. Die weiß nicht mal, wo die Butter ist. Und dann denkt er wieder, ja genau, das ist es. Deswegen hasse ich diese Frau innerlich so. Oder was weiß ich, ne? Und dann, ich glaube, vielleicht hat er kurz Hoffnung und dann ist wieder kaputt die Hoffnung. Weil sie kann ja nichts. Sie kann ja nichts. Ihr müsst auch in die Köpfe reingucken. Eben. Punkt. Sag ich dir schon jetzt. Wenn du d'accord bist, nie wieder, sag mir irgendwas. Ich habe mal mit der Scheiße nicht angefangen. Ja. Ich habe mit der Scheiße angefangen. Und ich weiß, und ich stehe dazu. Aber guck mal, er sagt selber, er hat mit der Scheiße angefangen. Aber vorher hat er gesagt, er ist so verletzt. Deswegen hat er es gemacht. Warum denn? Weil die Jungs das gesagt haben, dass sie nicht kochen kann oder was? Hat ihn das verletzt. Aber auch nicht, weil sie was gegen Malisa sagen, sondern weil er ja der Dumme an der Seite von Malisa war. Die Dumme, die nicht kochen kann. Oder was? Und ich sage dir, Punkt. Mach deinen Weg. Ich mache meinen Weg. Es ist vorbei. Punkt. Ja, aber du hast doch mit der Scheiße angefangen. Warum gibst du mir denn echt Schuld? Es kommt jetzt wieder zu dem Anfang, wo unsere Beziehung nicht geklappt hat. Aber ich habe nichts gemacht. Dann komm mit deiner Psychiklau, krieg ich alleine auf die Reihe. Ja. Ich sage nichts mehr, weil sonst verletze ich dich wieder. Sag ich lieber nichts mehr. Unsere Beziehung ist vorbei. Kapitel geschlossen. Ami, Fabi, unsere Beziehung ist seit einem Jahr vorbei. Genau, eben. Ich sage nichts mehr dazu. Es ist auch normal, dass wir uns aufhören. Ja, aber was wolltest du jetzt gerade mit mir besprechen? Ich check's auch nicht. Was ist da ein Film? Dass wir einfach nur als Team funktionieren. Hier, so bis zum Ende. Weil ich nicht mehr... Ich fake aber mit dir nichts. Musst du nicht faken, musst du nicht faken. Versuch mir einfach... Würde ich jetzt mit dir auch Friede, Freude, Eierkuchen machen? Wenn du mir sagst, wir gehen hier sowieso getrennt raus, dass wir danach nicht mal mehr Kontakt haben werden. Ich habe nicht vor, mit dir Kontakt zu haben. Ja gut, da brauche ich jetzt auch keinen Kontakt mit dir hier drin zu haben. Sie hat schon ein bisschen recht, ne? Warum soll ich jetzt weiterhin hier jetzt mit dir nett sein? Und dann weiß ich sowieso, dass du danach mit mir keinen Kontakt mehr haben willst. Verstehe ich total. Er versteht's noch nicht, ne? Dann haben wir es. Was für eine Diskussion, Alter. Voll unnötig, diese Diskussion war so was von unnötig. Von Hü auf Hott. Jetzt geht's aber los bei Giuliano... Ah, Giuseppe. Entschuldigung. Giuseppe und Sandra. Und wer den nicht versteht, der hat die Staffel mit Temptation Island nicht geguckt. Da haben wir ihn immer Giuseppe genannt. Und nicht Giuliano. Und wisst ihr, dass er gar nicht Giuliano heißt, sondern eigentlich Julian? Und sich selbst nur Giuliano genannt hat? Oder irgendwie sowas war da. Ich genieße das einfach gerade eben so. Ich genieße das einfach. Warum hast du dich von mir getrennt? Du hast mich die ganze Zeit angelogen in der Beziehung. Nicht nur einmal, nicht nur kleine Sachen, auch große Sachen. Und auch wenn ich dich immer drum gebeten habe, ey, für mich ist das cool, wenn du im Club bist mit deinen Jungs und du sagst mir Bescheid, wenn Mädels dazukommen, weil deine Freunde sind alle Single, so. Nein, nicht alle. Das sagt er jetzt dazu. Nein, nicht alle. Okay. Wir hatten, ich glaube, es ist eine Woche vorher erst dieses Streitthema wieder, dass du mir einfach Bescheid sagen sollst, wenn Frauen dabei sind. Ja, aber ich kann doch nicht dafür, dass die Kumpels, weil der Geburtstag gefeiert hat, sich zwei Mädels in die Lodge holen und dann da mit denen was trinken. Soll ich dann sagen zu denen, ey, ihr geht jetzt raus aus der Lodge. Hat der zugehört? Sandra sagt so ganz klar, ich möchte einfach nur, dass du mir Bescheid sagst, wenn da Frauen dabei sind. Und er sagt, du verlangst von mir, dass ich diese Frauen auslade und sage, die sollen gehen. Listen, honey, listen to me. Wann habe ich denn jemals gesagt, ey, ich gehe heute Abend feiern und mache nichts mit dir? Wann habe ich das denn jemals gesagt? Es war schon ab und zu, dass ich gefragt habe, ey, kommst du am Wochenende zu mir? Und dann hieß es aber immer erst, eigentlich wollten wir mit den Jungs was machen, so. Ich muss das erst abklären. Das bereue ich ja auch und das tut mir auch richtig leid. Das ist auch geil, ne? Er sagt so, wann habe ich das jemals gesagt? Sandra sagt so, ja, dann und dann. Und dann sagt, ey, das bereue ich ja auch. Sagt er aber vor, es hat mich niemals gesagt. Hallo, wann habe ich das gesagt? Aber man kann doch nicht ständig darauf rumreiten, weil ich kann doch nicht mehr machen, wie mich dafür zu entschuldigen und sagen, so, das ist ja anders. Du hast ein halbes Jahr mit dieser einen Person geschrieben. Warte mal kurz, ganz kurz, was Giuliano jetzt gesagt hat, ja, aber es geht glaube ich darum, dass man es dann immer wieder macht und immer wieder denselben Fehler, ne, muss es sein. Ja, aber da weißt du... Ein halbes Jahr lang und es war deine scheißverdammte Ex. Der hat ein halbes Jahr mit seiner Ex geschrieben, während er mit Sandra war. Zuseppe, was soll das denn? Ohne Skruppel. Vertrauen ist wie so eine Vase, so, weißt du, was ich meine? Wenn die einmal runterfällt, ist sie zerbrochen und du kannst sie wieder zusammenkleben und so, aber der Riss, der würde immer bleiben. Ey, er weiß das, er kommt da mit so einer geilen Metapher um die Ecke, ne? Aber missbraucht trotzdem das Vertrauen von Sandra. Wie geht so was? Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Ich weiß nicht warum. Ja, aber ich will wissen, warum. Ich habe ja mit ihr über unsere Beziehung geredet. Ich habe trotzdem die ganze Zeit geflirtet, ich habe das gelesen. Ja, ich auch, auch, auch. Stimmt, hast du vollkommen recht. Tu nicht so, als hättet ihr nur über mich geschrieben. Nein, sag ich doch gar nicht. Das klingt so, als wäre sie da deine treue Seele gewesen. Nein, sag ich gar nicht. Doch, genau das sagst du, so tust du. Sandra, du hast ihn völlig durchhaut. Ich schicke dir jeden Tag Bikinibilder. Sag ich doch gar nicht. Was? Wie krass. Das schickt er da jeden... Er schickt ihr jeden Tag Bikinibilder? Man muss halt versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, um das Mögliche zu erreichen. Ein halbes Jahr lang, dann kriegt Sandra das irgendwann raus. Boah, stellt euch das mal vor, Alter. Boah, hammerhart. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Sag ich doch gar nicht. Hast du vollkommen recht? Hast du vollkommen recht? Ach man, das Sandra so weint. Ich kann das nicht mehr ansehen. Das tut mir im Herzen weh. Das ist richtig scheiße und das ist richtig krank, dass ich das sage. Aber ich bin so froh, sag ich dir echt, dass du in mein Handy geguckt hast. Hättest du das nicht gemacht, weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre das nie so, hätten wir nie so ein starkes Zueinander gefunden. Und du musst ja auch ehrlich sagen, nachdem alles offen war, so weißt du was ich meine, alles so resettet worden ist und wir so auf Null waren komplett, da hat doch eigentlich so, da hat doch unsere Beziehung eigentlich erst so richtig angefangen. Aber du kannst dich jetzt mal ein neues Beginndatum für unsere Beziehung nennen. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ich verstehe, was er meint. Ich verstehe total, man geht wirklich durch die krassesten Tiefen und das schweißt einen so krass zusammen. Ja, es stimmt. Aber es macht auch viel kaputt. Also für Sandra, guck mal, für ihn war es dann wahrscheinlich, er hat endlich mal begriffen, was er an Sandra hat und so, weil sie ihn wahrscheinlich verlassen hat und bla bla bla, als das damals passiert ist, dass Sandra das herausgefunden hat. Aber er muss sich halt einfach auch mal in Sandras Lage versetzen. Die geht erstmal durch die Hölle, merkt er, hat mich ein halbes Jahr belogen, hinter meinem Rücken mit seiner Ex geschrieben und sowas alles. Ich glaube, das wird niemals reset auf Null. Man kann das so sagen, aber man hat es ja irgendwie immer noch so, man trägt das im Herzen, dass man von dieser Person so verarscht wurde. Und das ist so unfair, weil Sandra gibt von Anfang an alles und er gibt erst alles, wenn er merkt, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, dass er sie für immer verliert. Aber das ab dann war doch so... Mein Vertrauen weg und deine Probleme, deine Geheimnisse waren gelöst. Genau, 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 genau. Worte sind halt immer schön und Worte sind immer da und am Ende zählt aber trotzdem die Tat. Punkt. Sie hat so recht, sie hat so recht, dann lieber weniger Worte und mehr Taten, um auch Dinge einfach mal wieder zu beweisen, ne? Gibt es etwas, was du mir gerne sagen würdest noch? Ja, ähm... Die Augen auf Huchen wie hoch. Ich, ich, mir fallen auch einfach nicht so viele Worte ein. Es ist einfach so, dass ich, dass so, wenn ich so zurückdrehen könnte, das sind so Standardworte so. Und mir ist halt einfach nur wichtig, dass du dich halt einfach so... Jetzt kommen mir auch schon die Tränen, Alter. Alter, was kommt jetzt? Dass Sandra da die ganze Zeit weint, das bricht mir so das Herz. Ich glaube, für Giuliano ist das halt auch Schwäche zeigen, zu weinen, ne? Aber Männer weinen, das ist überhaupt kein Problem. Weint, Leute. Wenn ihr eine Frau an eurer Seite habt, die sagt, ihr seid schwach, weil ihr weint, dann ist das nicht die richtige Frau. Also, ganz ehrlich, jeder hat das Recht zu weinen. Boah, ich fühle mich so schlecht. Tote Scheiße. Das finde ich toll. Sorry. Aber ich finde das so toll, dass er das mal hier vor den Kameras zugübt. Warum? Weil ich dich fragen würde, ob du mich noch liebst. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil das doch damit angefangen hat, dass die Frage war, was würdest du mir noch sagen wollen? Und jetzt sagt er, weil ich dich noch fragen wollen würde, ob du mich noch liebst. Der hat's gedribbelt. Wieso weinst du? Wieso weinst du denn da? Weil eigentlich deine Antwort sein müsste, so was ich alles angetan habe, eigentlich nein sein müsste. Deswegen. Ich kann auch nicht mehr. Oh, scheiße. Ich kann nicht mehr. Warte mal. Ich check das hier überhaupt nicht. Ja, nur mach doch einen klaren Satz. Geht es jetzt darum, dass er weint so sehr, weil eigentlich müsste ihre Antwort nein sein, aber er denkt, ihre Antwort ist trotzdem ja? Oder denkt er, er weint, oder weint er, weil er denkt, die Antwort ist nein? Versteht man das? Nee. So, klar liebe ich dich noch. So. Und ich könnte auch weiter mit dir zusammen sein, aber ich brauch da auch noch ein bisschen Zeit, weil ich glaub, ich hab das noch nicht so... Ich verarbeite es. Ja. Krass. Meint ihr, da gibt's noch ein dickes Liebes-Comeback? Sandra, wenn ihr noch mal zusammenkommen solltet, der Vasektomie-Song ist nur Spaß. Es ist nur Spaß. Es ist Support für Giuliano. Guck mal, das ist eine Ehre, dass wir für den ein Lied extra machen, ja? Ich meine, das ist nicht böse. Ich find's auch geil, dass ich das zu Sandra sage, nicht zu Giuliano. Giuliano, mein Bruder. Es ist nur Spaß. Ach so. Jetzt ein Drücker. Ja. Das wär toll. Oh mein Gott. Jetzt ein Drücker. Ja, das wär toll. Ich kann heulen. Das war schön. Das war eine schöne Fragen-Hagelrunde. Bis auf das mit Giuliano und was er da gesagt hatte jetzt zum Schluss. Das hab ich nicht verstanden. Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ja, das war irgendwie nicht so. Oh Gott, Giuliano hat geweint. Der hat noch nie geweint. Man sieht ihm es auch an im Gesicht. Aber es ist doch nicht schlimm, es ist normal. Ey, mir fällt grad ein, Gustav und Carina werden ja auch noch ihren Fragen-Hagel haben. Und übrigens, ich hab Carina gefragt, ob sie Valentina heißt. Wisst ihr, was die Antwort ist? Ja. Ihr erster Name ist Valentina. Ihr richtiger Name ist Valentina. Deswegen, ich hab ihr hier nichts falsch gemacht. Noch nie. Ich weiß nicht, warum alle sie Carina nennen. Ich glaub eher, dass das Problem so ist, dass sie sich so eine Schutzwand aufgebaut hat und halt Angst hat, nochmal verletzt zu werden, so auf die Art und Weise. Oder ja, dass sie halt nicht vertrauen kann. Das tut mir halt total leid für weitere Beziehungen. So bei den beiden, gut, da ist jetzt der Drops vielleicht wirklich gelutscht. Manche Dinge muss man einfach irgendwann ad acta legen. Aber für andere Beziehungen, ich hoffe, dass sie das nicht damit reinnimmt. Nee, ich hab nicht direkt ja gesagt. Ich hab gesagt, klar hab ich noch Gefühle für dich und ich lieb dich auch noch. So ist es nicht. So, ich hab einfach gesagt, dass halt so viel passiert. Ja, und dass ich halt auch Zeit brauche. Ich würde ihn auch ein bisschen näher an mich ranlassen, einfach um ihn nicht mehr so abzublocken, um auch zu merken, wie das wieder ist nach so langer Zeit. Die ist 23, sorry Leute, ich find das so krass. Die ist so eine reflektierte, tolle Frau und ich mit 23 war absolut lächerlich. Muss ich dann immer so im Ver... geht. Paula, du bist wirklich ein bisschen zu hart zu dir. Das tat weh. Ich überleg gerade, geht. Geht. Ich war eigentlich, war ich auch schon reif. Doch, doch. Aber ich glaub, manchmal, wenn ich andere 23-Jährige sehe, dann denk ich, wow, jetzt zum Beispiel neue Staffel Temptation Island. Das sind fast alle 23 Leute. Geht los am Donnerstag. Schaltet ein. Ich weiß nicht, wann die Folge online kommt. Sollen wir sagen, 17 Uhr. Machen wir das jetzt fix. Ich freu mich, wenn ihr vorbeikommt. Ich sag euch jetzt, das wird die beste Staffel eures Lebens. Aber, ich brauch trotzdem meine Zeit. Im Endeffekt liegt das an ihr. Also klar, die Fehler liegen an mir und ich muss mich bessern, wenn man nochmal zusammenkommt. Das auf jeden Fall. Aber wenn das nochmal funktionieren soll, liegt das an ihr. Ja, würdest du dich wirklich bessern? Was? Würdest du dich wirklich bessern? Würdest du sagen, du hast wirklich richtig draus gelernt? Ja, 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 ja. Also, ja, so eine Sache wie, dass ich jetzt da mit einer anderen Frau geschrieben hab, ne? Ich hab dir gesehen, Marko, Minus, Robin und Michelle direkt so im Blickkontakt. Ah. Ja. Ja, das wird alles ein bisschen lang gedauert. Ja. Also eigentlich müsste jetzt direkt ein Ja kommen müssen. Ja, irgendwie schon, ne? Nein, ich mein, das hab ich ja dann auch schon, das hab ich ja gar nicht mehr gemacht. Ich wollte eher darauf sagen, also ich muss mich in der Hinsicht bessern, dass ich ihr mehr das Vertrauen geben muss. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich im Club bin oder so und es sind zum Beispiel Frauen um mir und ich mach auch nichts mit denen, dass ich ihr einfach nur so schreib, ey, so, ich denk grad an dich und nur damit du bescheiden weißt, hier sind grad Frauen. Und sowas meine ich damit. Ey, soll ich euch was sagen? Der kriegt dafür eine grüne Fahne, weil er ihr zugehört hat. Er hat ihr zugehört, das war genau das, was sie gesagt hat und genau das, was sie sich wünscht und er hat's realisiert. Er hat's hier oben abgespeichert. Sehr gut gemacht, Giuseppe. Dass sie sich keinen Kopf machen muss. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Sandra und ich wieder zusammenkommen. Was denkt ihr? Kommt die nochmal zusammen? Und wenn ja, wünscht es ihr euch oder nicht? Wisst ihr, ich wünsche mir einfach nur, dass Sandra glücklich ist. Egal mit wem. Wenn's Giuseppe ist, okay. Aber nur, wenn er sich wirklich bessert. Weil so eine Frau unmöglich, also findet man nie wieder. Es scheint, die Vertrauensvase ist so gut wie repariert. Da haben sie sich jetzt nochmal neinander geguckt. Und wie süß das, was er gesagt hat über Sandra. So eine Frau findet er nie wieder. Was für den Moment jedoch egal ist, denn... Soll das mal nominieren? Ja. Es steht die Nominierung an. Heute entscheidet sich, wer die Villa verlassen wird. Die einzig Unwählbaren? Challenge-Sieger Sandra und Giuliano. Die haben ja die Challenge gewonnen und sind damit gesaved. Das können die jedes Mal. Also ein Paar kann sich immer safen. Hätten auch natürlich Seva und Steffi sein können, wäre der nicht so verletzt gewesen. Weil ich sag euch eins, wäre der nicht verletzt gewesen, natürlich hätten die sich gesaved. Hä? Was laberst du? Ich habe letzte Woche habe ich euch beide Nicola und Gloria nominiert beziehungsweise wir haben euch nominiert und es ist einfach so geblieben. Es ist... Nico, in meinen Augen, du bist ein top Junge, ein super Typ, ich verstehe mich gut mit dir. Er ist guter Junge. Und jetzt kommt der Teil, wo es mir schwieriger fällt. Ich verstehe mich mit dir jetzt besser, Gloria. Meiner Meinung nach, es wird auch besser. Aber ich hasse dich. Total. Aber es sind einfach so ein paar Dinge, die mich einfach aktuell da noch stören und ja, wir haben unsere Stimme heute Abend euch beiden gegeben. Ich check das überhaupt nicht, ne? Dass er an die Silva nominiert, der hat so abgelästert über den Hinter der Kamera und nimmt jetzt die. Das hat echt so ein krasses Problem mit Gloria. Das ist unfassbar. Enttäuschung pur. Katastrophe. Kein Grund. Warum haben sie das jetzt gebildet? Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Das geht nicht, Mann. Ja. Ich finde es krass, dass Nico so aufregt und Gloria eigentlich gar nicht sagt. Also es passt irgendwie. Man denkt so, jetzt würde Gloria wieder was sagen. Ich war einfach fassungslos, ja. Ja. Ich frage mich, warum? Warum? Weil er ein persönliches Problem mit Gloria hat. Was machen wir? Er wird es schaffen. Ich kann einfach nicht mehr. Wir haben uns als Team entschieden, euch beiden zu nominieren. Das ist. Grazie. Heißt eigentlich Grazie. Der ist Italiener. Das weißt du, ne? Verkackt. Ich muss sagen, dass uns die Nominierung nicht so schwer gefallen ist. Ich finde einfach, wir leben hier schon ein paar Tage zusammen. Es ist vielleicht auch eine Frage von Respekt oder Anstand, die Namen der Leute zu kennen, mit denen man hier zusammenlebt. Genau, Valentina. Ihr habt zugehört, ne? Ist ihr richtiger Name. Waschblatt auf Papier. Und ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten Tagen habt ihr euch leider auch schon sehr zurückgezogen. Deswegen, unsere Stimme geht auch an euch. Ich liebe dieses auch an euch. Ja, ich finde es auch eine super Begründung. So, und jetzt kommt der Sprecher hier mit einem Satz, die muss ich erstmal im Duden nachschlagen. Beim Polychromen noch Ehepaar palliert der männlichere Part. Ich finde es einfach lustig, dass er sagt, Gloria ist der männliche Part und Polychrom, das heißt doch bunt oder sowas, ne? Habe ich das jetzt richtig nachgeschaut. Ist das ein Bezug auf Nikos Tattoos? Ich sage euch so, dieser Sprecher sollte Reaction-Videos machen. Das wäre absolut Gold, was dabei rauskommen würde. Ich würde es mir reinziehen, sowas von. Die Stimme geht an Silva und Steffi. Das waren halt einfach diese Respektlosigkeiten, die du an den Tag gelegt hast. Und Steffi, du bist wirklich eine ganz tolle, starke Frau. Bleib so stark. Nimm ihn nicht zurück. What the fuck? What the fuck? Das hat die doch jetzt nicht gesagt, oder? Was hat ein Gustafilmproblem? Hat sie gesagt, ja und? Hast du zugehört? Der zahlt keine Alimente? Heißt das so? Der kümmert sich nicht um die Kinder? Der verdient kein Geld? Was soll die denn mit dem? Der zieht die nur runter? Es geht immer nur um ihn? Immer nur Silber, Silber, Silber? Den soll die zurücknehmen, oder was? Okay. Der absolute Horror. Bleib dir treu. Du packst es auch ohne ihn. Mein, äh, sorry, ähm, zeigt den Charakter unqualifizierte Kommentare von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, sorry, du kennst die vielleicht nicht, aber Steffi hat sich ihr anvertraut und ihr erzählt, wie sehr sie darunter leidet, ähm, mit dir zu sein. Ich sag da grüne Fahne, Gloria. Kann die doch sagen. Ich verstehe das Problem hier gerade mal überhaupt nicht. Äh, ich mach's kurz, ähm, ihr habt schon mal eine Challenge gewonnen, so ein, so ein Ding, ihr seid, äh, ein starkes Ex-Couple und, ähm, ja, ich denke, dass unsere Stimme euch nicht sehr viel wehtun wird. Deswegen, äh, Gustav und Carina, geht unsere Stimme von Stefanie und mir an euch. Was haben die denn schon mal gewonnen? Bin ich jetzt völlig auf dem Fall schon da im Fahr? Die waren doch beide bei Bachelor in Paradise? Ah, das haben die gewonnen. Haben die das gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich kriege einfach Panik. Also, Silva, ich hab gemerkt, du hast dich heute bei einigen entschuldigt, bei mir nicht. Finde ich nicht korrekt und, ja, deswegen ist meine Entscheidung, beziehungsweise unsere Entscheidung heute auf Silva und Stefanie gefallen. Stefanie, mit dir hab ich kein Problem. Aber hey, warum sollte er sich denn entschuldigen? Für was denn? Das entschuldige ich auch nicht. Es ist so, dieses Mal hat man im Team entscheiden müssen. Ich denke, einzeln wäre der Button wahrscheinlich woanders gelandet, aber man muss sich einig werden. Silva, du hast dich die letzten paar Tage einfach distanziert. Es ist wirklich nichts Persönliches. Okay, also, das ist jetzt die Nominierung, Silva und Steffi haben die meisten Stimmen bekommen und müssen die Wähler jetzt verlassen. Diese Respektlosigkeit, das war ja auch heute das zentrale Thema in der Nominierung. Das heißt, da ist wirklich was zu arbeiten. Die ist schlau, ne? Die so, auch andere Leute sagen das, da könntest du wirklich mal drüber nachdenken, ob du da vielleicht was ändern solltest. Es ist nicht nur ich, die das sagt. Ich glaube, das checkt er trotzdem nicht, weil die Männer ja weiterhin sagen, du bist ein toller Typ. Ich halte nicht wirklich viel davon. Ich kann nur selber erklären, das ist zu viel. Was ist zu viel? Jakob hat schlechte Laune. Warum? Weiß kein Mensch. Das ist zu viel. Vor allem, die hat ja gar nicht so viel mit Steffi zu tun, dass sie sich so was rauskommt. Ja, die hat mit gar keinem was zu tun. Die ist hier nur ohne Witz irgendwelche Ärsche am Lecken, Alter. Das ist alles, was die hier macht. Was hat der für ein scheiß Problem mit Gloria, Alter? Ich finde, der übertreibt es schon ein bisschen. Wenn die Leute so etwas sagen, und ich finde das eine Katastrophe. Aber mach nicht so ein. Hä, was zu sagen? Was ist denn los? Gloria, können wir kurz quatschen? Erstmal kurz für mich Zeit. Ja. Ich bin mal kurz da runter am besten. Irgendwann so, wenn ich irgendwas mitkriege, was mich so richtig hart abfuckt, dann fuck mich da so richtig ab. Ja. Warum hast du diesen Spruch bei dem gesagt? Ich verstehe das nicht. Ich versuche die ganze Zeit so das zu verstehen, aber warum hast du das gemacht? Ach so, es geht um den, geh nicht mehr zurück zu dem. Ich kann sie sagen, Jakob, der zahlt keine Alimente, der lässt sie komplett alleine mit den Kindern, der zieht sie runter, der baut sie nie auf, der nimmt sie nie in den Arm, der fragt nie, wie es ihr geht. Gibt es wahrscheinlich auch noch tausend andere Gründe. Ich hoffe, das reicht für dich. Wahrscheinlich nicht. Weil der hat drei Kinder so und ich finde das halt einfach zu viel so. Ah, das ist sein Problem, die haben Kinder zusammen. Also, das Ding ist, Jakob, die sind seit einem Jahr getrennt. Der zahlt keine Alimente, blablabla, was ich eben schon alles aufgezählt habe. Die haben Kinder zusammen, ja, aber nur weil du Kinder miteinander hast, musst du dir nicht alles gefallen lassen als Mensch. Wenn es wirklich so wichtig wäre, dass die Kinder zusammen haben, würde dieser Typ Alimente zahlen, würde seinen Kindern das ganz normale Leben ermöglichen, was beinhaltet Lebensmittel, Essen, Trinken, solche Sachen, oder? Unterstützung eines Vaters. Steffi sagt, seit einem Jahr kümmert sie sich alleine. Wenn er wirklich keinen Job hat, ja, und gerade nicht arbeitet, dann hat dieser Mann Zeit ohne Ende, während Steffi versucht, da ihre Schlagerkarriere auf Vordermann zu bringen. also sie arbeitet auch noch nebenbei. Trotzdem macht sie alles alleine. So, da kannst du mir doch nicht sagen, dass du so einer Person nicht raten würdest, geh lieber nicht mit dem zurück, äh, zu dem zurück. Außerdem, hat er genau dasselbe mit Gloria und Nico gemacht. Er hat zu Nico auch gesagt, ich gebe dir einen Rat, überleg dir das Ganze nochmal mit der, mach dir wirklich mal Gedanken. So, hey, also ich checke hier gar nichts mehr. Ich finde, das geht gar nicht, muss ich sagen. Ich finde das krank, wirklich, also ich muss dir das so sagen, wie es ist. Ja, ich kann da gerne dazu was sagen. Kannst du dich an die letzte Nominierung erinnern, als du geredet hast und mich und Nico nominiert hast? Da hast du ja auch gesagt, es ist besser, wenn Nico mich nicht mehr zurücknimmt. Genau. Ich habe gesagt, ich glaube einfach, du wärst echt gut damit beraten, wenn du dir da mal deine Gedanken machst, für dich alleine, so, aber das geht mich nichts an, es ist nur ein gut gemeinter Rat, aber ich glaube halt, ähm, ja, dass das Ganze für dich nicht gut ist. Ja, also sorry, das ist dasselbe. Hat er vielleicht ein bisschen besser formuliert, von wegen, es geht mich eigentlich nichts an, aber, das kannst du ja auch in den A schieben, wenn du dann den Rest sagst. Ist halt ein bisschen komisch, weil du halt was ähnliches halt auch gesagt hast zu mir, dann sag ich das einmal und dann heißt es gleich du, 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 du. Und das ist dann halt auch irgendwie ein bisschen doppelmoralmäßig. Es ist doppelmoralmäßig, ja. Ehrlich gesagt, ich habe bei der letzten Nominierung, habe ich gesagt, Nico, drei Leute sagen Gloria, scheiße, du, gut, hinterfrag dich doch vielleicht einfach mal, woran das liegen könnte. Genauso hätte Gloria das aber auch sagen können. Da waren drei Leute, es waren wirklich drei. Sandra, wer saß da noch? Michelle und Gloria und alle haben gesagt, den kannst du nicht verändern und so, lass ihn, dann besser gehen. So, also alle haben ja da gesessen und genickt und ja, ja, ja. Ich meine, das würde dir doch jeder raten. Ist für mich dieselbe Situation, sorry. Feierabend. Sie sagt zu Steffi, Steffi, geh nicht mehr zurück zu Silber und jetzt vergleicht sie dabei Äpfel mit Birnen. Wie der grinst. Aber es ist falsch, Jakob. Es war dasselbe. Wie seht ihr das? Ciao, wie groß, haut rein, ja, tschüss. Tschüss. So, die zwei verabschieden sich jetzt auch. Dat war's. Veo, veo, que ves. Una cosita, en gencosita es. Nämlich Picasso. Und was hat die gesagt? Ah, diga, ich hab sie genauso eingeschätzt, ne? Warum? Die sagt so, ja, 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 stimmt und so, aber die meinte das nicht ernst, ich wusste das. Die hat doch gar nicht gesagt, ja, ja, stimmt, aber die meinte das nicht ernst, ich wusste das. Hä, du weißt doch gar nicht. Die hat gesagt, du bist nicht besser. Hallo. So, ich weiß jetzt, wie ich das Gespräch, kann ich jetzt einschätzen und so. Ich kriege jede Nominierung, kriege jetzt meine Stimme, jede Nominierung, die kommt. Ich hab am Ende auch sein gelassen, weil irgendwann mit so dummen Leuten habe ich immer keinen Bock mehr zu reden, weißt du, wie ich meine? Irgendwann ist auch Feierabend. So, das war's jetzt auch. Bah, das hat er so hinrotzt auf die Wiese, ekelhaft, älter. Und was für einen krassen Hass der Gloria gegenüber hat. Also ja, vielleicht läuft's auch deswegen so, weil er das mitbekommen hat, ne, wie sie Nico anschreit und bla bla bla. Aber wenn er doch ein Mensch ist, der sagt, ich misch mich nicht in andere Leuts Probleme ein. Das ist aber seine Konsequenz aus Glorias Verhalten, das check ich nicht. Scheiß, so der Unnötig, ich hab keinen Bock, jetzt bin ich so eine alte, mich hier abzufangen. den ganzen Tag, Alter. Kann ich mit dir reden, Klar, komm. okay. So, ich hab jetzt was mitbekommen, was du mit Gloria geredet hast. Guck mal, ich möchte, ich möchte nicht streiten, ich möchte gar nichts, gar nichts, gar nichts. Wir beide niemals, Digga. Wir beide niemals. Was hat sie gesagt? Du bist für mich ein ziemlich korrekter Junge und ich mag dich sehr gerne, aber ich kann mit ihr einfach nicht so gut. Ist einfach so. Ja. Wenn mich das stört, dann sag ich das. Ja. So wie ich es auch gerade getan habe. Ja. Aber das ist auch alles, das ist alles. Ja, aber wenn du kommen willst und reden willst, jederzeit, Digga. Immer. Nein, ich möchte nichts fragen. Ja, du kannst alles fragen, alles. Weil normal, ich hab gar keine Lust, gar keine Lust auf diese Diskussion. Das weiß ich doch, ich weiß doch, wie du bist. Weiß ich doch. Ich kann das nicht machen. Ich weiß doch, dass du so bist. Ich weiß das, ich weiß. Ich weiß. Was passiert hier? Ich finde, du hast halt nicht so viel das Recht, dich da drüber zu echauffieren, weil du halt in der letzten genau das Gleiche gemacht hast, nur halt in unsere Richtung. Hey, Digga, aber das ist doch sinnlos. Kümmer dich doch einfach um eure Beziehung oder was du hier machen willst oder irgendwas anderes. Aber sie hat doch recht. Sie hat doch absolut recht. Und das war für mich eine Beleidigung. Sag ich ja so, wie es ist. Ja, aber dann kümmere dich doch auch nur um deine und Cates Beziehung. Wieso mischst du dich denn dann ein in die Beziehung, die Gloria vielleicht mit Selber und Steffi hat? Die haben Kinder zusammen und ihr nahezulegen nicht bei dem zusammenzubringen. du betreibst ein bisschen. Nein, nein, das ist der Punkt, den du einfach nicht verstehst. Ich verstehe seinen Punkt nicht. Ich verstehe das nicht mit den Kindern. Obwohl, also er will, er ist wirklich der Meinung, obwohl Silber sich nicht um die Kinder kümmert, keine Alimente zahlt, Steffi komplett mit den Kindern alleine lässt, obwohl er keinen Job hat, also genug Zeit, um sich zu kümmern, nicht gut ist, so Steffi, ja? Es sich immer nur um ihn dreht. All diese Punkte und trotzdem ist er der Meinung, dass die beiden wieder zusammenkommen sollten? Alleine wegen der Kinder? Ich finde das zu krass einfach. Zu krass. Ich übertreibe nicht, man stellt sich nicht dahin und sagt zu jemandem, der Kind hat so eine Scheiße und das ist einfach der Punkt, der mich so bei dir stört, Alter. Sag doch einfach, dass du Scheiße gemacht hast, dann ist gut. Aber nicht sich hier hinstellen und sagen, du hast das aber auch gemacht, du hast ein Doppelmachrohr, weil du da einfach auch eine Nominierung davor geschaffen bist. du bist, hab ich das selben mit sie gesagt, hab ich das zu Nico gesagt, hab ich das zu Nico gesagt, hab ich zu Nico gesagt, dass er nicht mehr mit dir zusammenkommen soll bei meiner Nominierung, hab ich das gesagt? Nein, du hast gesagt, dass er toll ist, ich scheiße. Ja, richtig. Ja, und? Aber ich hab doch nicht gesagt, dass er nicht mit dir zusammenkommen soll. Aber das ist doch auch sowas in die Richtung. Du kannst auch nicht sagen, der eine sagt rot, der andere sagt blau. Aber sorry, Mann, er hat es doch gesagt, wir haben es doch eben nochmal gesehen. Alter, was ist mit dir? Wenn ich schreie, merkst du das schon? Du kannst nicht sagen, der eine sagt rot, der andere sagt blau, da kannst du auch nicht sagen, ja, warte mal, das ist dieselbe Farbe. Das ist total lächerlich, Alter. Das ist halt einfach ein Mensch, der ist total begrenzt, in gewissen Dingen, dass er keine anständige Diskussion führen kann. So, weil wenn du wirklich mal ehrlich zu dir selber bist, du hast einfach scheiße gemacht, akzeptier das so, ungut ist, aber steuere doch nicht noch mit irgendeiner Kacke dagegen, die einfach nicht stimmt. Aber was hat sie denn an Scheiße gemacht? Nur weil sie ihr geraten hat, nicht zu Silva zurückzukommen. Und sie hat ja noch gesagt, du bist eine starke Frau, du schaffst das allein. Ich fand das total nett von der. Was ist dein Scheißproblem, Alter? Gut, macht keinen Sinn, ist okay, dann lass uns einfach hier zu stehen und gut, ist alles scheiße. Ist okay. Was hat Nico jetzt dazu gesagt? Nix, wie immer. Also der ist so ein ganz neutraler an der Sache. Ja klar, der hat gesagt, ich möchte keinen Streit und das war's. So wie immer halt. So wie immer halt, weil der hat ja keine Meinung. Was hat der für ein Problem mit Nico jetzt auf einmal? Ja, siehste mal. Sagt ja alles so. Was sagt das denn? Was sagt das alles? Das ist klar, dass du da nicht hinter mir stehst. Ich finde es bei seiner Seite, dass er übertrieben war. Ach so, das meint Mark minus Robin, dass sie nicht hinter ihr steht und das sagt schon wieder alles, oder was? Die sind getrennt. Wie der reagiert hat. Und warum hast du dann ihm nicht mal so klar gesagt? Weil du die Eier dazu nicht hast. Du stehst immer nur daneben und guckst. Du hast nicht einmal gesagt, ja, halt dein dummes Maul. Ich kann das nicht sagen, gerade dein dummes Maul. Ja, weil du einfach keine Eier hast. Nein, weil man einfach nicht einfach Leute so beleidigt und denen sagt, halt dein dummes Maul. Also ja, ich kann das auch gut. Aber dass Nico das nicht macht, da sage ich, fett Respekt, Alter. Der weiß wenigstens, wie man sich zu benehmen hat. Ich verstehe jetzt, Gloria, denke ich wirklich. Sie hätte doch auch, also nein, ich finde, sie muss da für sich selbst einstehen. Sie muss für sich selbst einstehen. Und sie braucht dann nicht Nico in ihrem Nacken, der ihr hilft. Die beiden sind nicht zusammen. Sie weiß, dass Nico nicht so ist. Wieso will sie das von ihm? Kate hat doch auch nichts gesagt jetzt wegen Jakob. Also nein. Einfach nicht vom Mann stehen. Ah ja, aber warum kann ich so, wie ich jemanden sagen kann, dein dummes Maul? Ich habe dich in dem Moment gebraucht, dass du mal auch dazu was sagst. So, hinstehster Mann bist. Nicht immer so ein Lappen. Einfach mal Mann sein. Du nimmst den Lappen? Nein, nicht. Ja, du nimmst den Lappen erst mal. Wie ein Lappen? Ja, wie ein Lappen. Du nimmst mir auch Lappen jetzt. Entspann dich mal, ehrlich. Ohne Scheiße, sie nennen sie jetzt einfach Lappen. Gloria, come on. Weil du einfach nicht einmal hinstehen kannst. Ja, vielleicht habe ich nicht große Klappe wie du, Alter. Ohne Scheiß. Vielleicht will er sich einfach gar nicht da einmischen, weil es ihr scheiß Problem ist. Habe ich vielleicht nicht große Klappe wie du? Ja, doch. Was ist das Problem, Mann? Ja, was? Jetzt kannst du deinen Maul aufkriegen und dann von anderen Leuten kriegst du deinen Maul nicht auf. Weil es jetzt um ihn geht. Du greifst ihn an. Er kann für sich selbst einstehen, aber warum sollte er denn für dich einstehen? Dir. Ist doch so. Er würde nie was sagen für Anzeigen. Was, was? Er würde nie was sagen für was? Habe ich nicht verstanden. Eins, zwei, drei, gute Laune, vorbei. Oh, jetzt ist das ekelhaft. Aber du, glaube, du doch mich nicht vor Halsmaul. Was? Ja, du bist ein P***er. War das alles, Alter? Du hast mich zu verteilen, auch wenn ich deine scheiß Ex-Frau bin. Ja, aber ich möchte auch... Lass mich jetzt mal ausziehen. Nein, das geht nicht. Ein Mann für mich. Ich bin nicht männlich, wenn ein Mann mich anschreien kann, du daneben stehst und nichts sagst. Und unruhiges Kugelschieben. Nein! Mach's doch selber, ey! Oh! 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 Der Junge ist viel mehr als nur der Schoßhund von Gloria. Ich habe gesagt, dass sie gerne keine Küss geben würde. Das ist halt eine Katastrophe. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Was sagt ihr? Bist du dumm? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. War ja schon ein paar Sachen, die ja heute abgegangen sind. Ihr Süßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag für immer. Bis dann. Haut rein! Pace! Achso, vergesst nicht. Temptation Island ab Donnerstag. Ich freue mich. Ja. Tududu! Gracias.